Also, wenn man an einer elektropneumatischen Orgel sitzt, haben wir hier diese Setzer. Das heißt, wir müssen schon den Registerschalter drücken, damit die Orgel überhaupt spielt, sonst reagiert sie vor allem nur auf die Setzer. Das Besondere hier ist, Zwewing, und sehr lustig ist auch Fagott-Hobo. Oh je. Eine Josef-Lonke-Entsohnen, also und Söhne, Orgel-Bauers-Esen-West-Flandern, Elfenbeintasten natürlich. Ich finde, das ist ein schönes Spielgefühl. Ja. Das ist ein schönes Spielgefühl. Vielen Dank.